ja hallo aber wie ich gesehen habe haben sie verkackt am anfang liebst richtig gut natürlich aber danach war es ja gut dann kannst du uns in die gruppe einladen wir machen jetzt mal gemeinsam eine runde ja würde ich auch sagen und falls ihr es nicht wusste dies hat übrigens beim kanal von also ist am schrotplatz platz ich bin bei herringen wir sind alle hier tschau und herringen das geld bei mir mit einem ihr lenkt den killer ab würde ich vorschlagen ja mache ich mal lupen lernen ein bisschen lupen er kommt und alle rennen panisch weg kann die wahl es ist der kann die wahl ja ja nicht erst komplett krank die waren schlägt dann ab macht es weiter ja lupen schön lupen läuft mir noch hinterher aber ich glaube ich verloren einfach lupen wir haben gleich ein er geht aber zu jemand andern er hat disconnected und 600 punkte dafür bekommen wo man die was gut ich denke ihn ab ok ja ich sehe wie er die hinterher rennt näher ist und die macht es gut war dann bist du schon wieder an dem generator dran ja er hat mich ok aber ich bin mega auf den sack gegangen super so muss es sein kannst du wenig chillen oder ja ich kann mich schön kann so ein wenig infos geben wo es er rennt jetzt panisch zu den einen der im generator sitzt ja es jetzt beide ja der jetzt weg rennt panisch machen auch beide der der jetzt nicht am generator ist ist er hat mich er hat mich das ist ein spiel da sei es so ein spiel steht jetzt muss ich ja an die holen tust du sie jetzt ja ich muss bis er noch bei dir warten ja ich hab's verkackt nein er hat mich nicht er hat mich gut abgefangen das spiel wege gegen die zeit ja es ist ja piasko bei mir zu dritt sind auch ich hab ja ich hab ihn ja ich hab ihnen die palette doch glaube ich die generatoren fertig hat mich aber ich hänge das erste mal wo du hängst ziemlich weit weg ok er ist im haus er macht die stärkste palette im spiel kaputt ich kann mich selber heilen da geht schon ja jetzt schon wieder bei mir das war's da daneben kaut jod sehr gut hallo wenn man alle aber gern bitte heilung ich erbiete um heilung ja komm er lässt mich leben wieso das weil er vielleicht zu uns kommt ja ich bin jetzt ich bin sein sklave ich bin sein sklave ich muss ihm hinterher ich muss ihm gehorchen er zwingt mich totes zu zerstören er hat mich dahin geschickt ich höre einen comment glaube ich höre auf jeden fall seine ketten sicher wo am horizont ich verstecke mich hier bleib da stehen ich muss warten dass mein meister kommt er ist bei mir ist jetzt auch seine weg ja ja wenn er hat mich erst herum braucht ich habe mir durchs ausreichend seine respekt verdient glaube ich er hat mich aber aber anscheinend ist totem schwächt ihn halt dann mega ja es kann sein dass es vielleicht erst verursacht dass die generatoren kaputt gehen so ein mist bin ich nicht weg kann mich noch erholen denn ist aber hier ich denke man ist so zu sein sein glaubens ich wollte ich schnell dann muss ich mein meister gehorchen sagt nicht dass ich hier war okay alles klar ich glaube ich mache ich nicht lang ich höre ihn er ist da ich kann ihm hinterher nicht lang bitte nicht du wüsstest du wüsstest auch seine marie nette die neben ihm du dich und die neben ihm er hat mich auch direkt ich habe mich geduckt er lässt mich in ruhe ich mache den generator also anscheinend soll ich ich folge ihm jetzt auch er befiehlt mir den generator zu machen er hat mir befohlen den generator zu machen ich glaube er weiß dass wir noobs sind und er wird dass ihr mir hilft es gibt nur einen moment ich warte hier ich glaube du sollst mit der asso oder er lässt uns erst arbeiten und schlachteln uns dann alle ja ja minimi bis abend start wir werden grad gedemütigt wir wurden versklavt hinter sie waren die los wir müssen uns am meister dienen geht zum meister meister zu dem meister geht zum meister alle drei macht keine fehler alles für den meister wir uns bewacht ich wette dass das so passieren wird aber wenn wir es fertig haben dann verborgen uns wieder alle vor ihm ja und dann ja nur ein meister kann uns so schicksal entscheiden heute nein du frevel töte ihn das wäre geil wenn er mich so bestrafen würde der meister ist nicht erfüllt du hast du das gesehen er dreht so die ganze zeit links rechts 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 ich habe es nicht verdient zu nehmen es sei denn er befiehlt ich kann mich aber wiederbeleben oder ich glaube dass er zünder inhalt da schau der meister wird übelst gefreut sein dass ein diener wieder lebt das ist wenn ich jetzt die palette darauf haben wir mich anschaut weil ich wieder lebt aber in die palette ja damit wahrscheinlich kriegst oh gott das hättest du nicht tun sollen er will sie nur zerstören er schneidet jeden fluchtweg ab bitte nicht verkacken sonst bestraft er hat mich gerade schon zerstört ja ich hab schon max ja alles für den meister ich nicht oh man ich werde nicht mal so im kreis mit hinterher wir ein mit drucken drucken alle drucken vor dem meister komm wir dienen im weil wir dienen im weil er macht sich bereit für die abschlachtung stirb an die augen er wird so hingerichtet ich habe ich habe ich habe sofort spürte kam zu mir her und ich habe dreimal echt mega gut ausgewichen also ich habe dann echt mal ganz kurz voll verarscht und er hat so viel respekt und dann hat er mich angeschaut und ich schaue ihn an und ich wusste ich kann nicht mehr kommen bin ich einfach stehen blieben habe dachte er war so gnädig weil der andere rausgegangen ist dafür gibt es einen daumen hoch wo ist er her und kameradschaftlich hier den typen und wo ist unser killer der sau freundlich war übrigens so viel dazu mini me gell siehst du mal wie freundlich dieses spiel sein kann wie tamtam wir waren wir waren seine drei teams aber da schaut ihr die arroganz an i don't play three versus one und er hat den selben killer lang wie ich an seiner stelle dich alle abgeschlachten dann erwünsche ich euch allen eine gute nacht hat mich gefreut dass ihr noch zugeschaut habt und wenn ihr denn so mögt sehen wir uns beim nächsten mal und dann bis bald tschüss